Manchmal wusste ich nicht, dass ich etwas nicht höre, ich weiß, sprechen Sie mit einem Bauch, wenn ich ein paar Streit mache, ich möchte gerne höre mal, aber leider kann ich nicht alles mitbekommen. Und so? Ja. Das? Ein Johnny! Was? Ein Johnny! Ja, so, ich habe das Schwein. Schrei? Schwein! Ja. Starts? Ich hab 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 43. 44. Nur an hoher Tonen kann ich nicht hören. Ab dem Platz für Ausnahmen kann ich die Vorkenpfeifen hören. Ganz hohe oder auch ganz tiefe Tonen kann ich nicht hören. Von hoher nach Hochgericht kann ich nicht die Männer verstehen. Das heißt, das Kind schreit, da muss ich nach vorne schauen, was passiert. Ich habe nur eine Blinkanlage und eine Vibrator. Da ist wie wenn ich schlafen gehe und ich schlafe im Bett. Dann habe ich eine Vibrator unter dem Kissen. Da ist das, was kann ich mit der Vibrator. Beispiel wenn ein oder jener in der Nacht schreit, dann kann ich sehen, was passiert ist mit der Vibrator. Dann gehe ich zusammen zum Doktor sechs Monate her zur Kontrolle. Mal schauen, du bekommst sie in den Fung. Mal schauen. Ja, zuerst habe ich mit Jena die erste Doktor einen anderen Doktor bezügt. Und ich habe mit der Kommunikation Probleme gehabt, die Frau. Sie sprichst so schnell. Du willst es parat machen. Langsam gehen. Das ist die Doktor. Das ist die Doktor. Die Leute, die nicht sprechen wollen, sollen die Gesichter anschauen und langsam hochteilen sprechen, dass man sich verstehen kann. Und wichtig ist, dass der Mund frei ist. Beispielsweise, es gibt auch einen Mann voller Party, verstehe ich mich. Weil ich brauche ihn nicht zum Erbläsigen. Aber nicht zum Gesicht anschauen. Grüezi. Hallo. Hoi. Hallo. Hallo. Meine Eltern sind normal zu hören, und meine Mann sind auch normal zu hören. Und dann kommt die Saison bei den Kindern. Die Hohler sind. Die Saison von Arbeit und Batsch, mit meiner Familie, die Hohler sind. Und meine Mann sind auch da zu sagen, dass sie auch die Hohler sind. Ich bin froh, dass die normal zu hören kann. Wollen Sie, dass wir heute impfen, oder wollen Sie lieber später, dass wir machen? Also wenn kein Fieber ist, können wir auch ohne Probleme impfen. Alles gut, Aileen. Alles gut. Fertig. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Wenn wir Whoo-G你要 schauken, Aber wo ist Eigelb? Eigelb? Die Höhner kann auch die Gebärdensprache. Nur wenn sie will. Ich möchte ihr Information geben, dass die Gebärdensprache Ich muss nicht nachdenken, wie ich hier bedoelte, wie ich hier war. Ich fühle mich nicht wichtig, dass ich mich dann an den Dialog bestehen kann, mit der Hochdeus. Ja, ich sehe. Ich habe nicht die Betreuung in, ja, um mich zu schnitern selber. Ich wurde sehr stark und ver und so kommt nicht durch die nächste Pagesprache. Ich habe lange erfahren meine Eltern, dass ich gut sprechen kann. Erst später, als ich in der 65 Primarschule war, konnte ich die Betreuung sprechen lernen. Aber erst viel später. Und ich bin auch froh, dass ich nicht sprechen kann. Dank für meine Eltern habe ich so gelernt. Aber ich war in der Kindergarten in einem horrenden Kinderzusammen. Und ich kann mich noch erinnern, ich war am meisten Außenseiterin. Weil die Kinder sprechen miteinander und ich verstehe mich. Und dann habe ich alleine gespielt. Und alle Nachrichten habe ich eine Schwesterin. Von einem Mischhandicap habe ich noch gemacht. Ein Mischhandicap. Ich hatte auch eine gute Kenheit gehabt, aber ich bin das Wissen durch. Ich hatte auch eine gute Kenheit gehabt, aber ich bin das Wissen durch. Ich hatte auch eine gute Kenheit gehabt, aber ich bin das Wissen durch. Ich hatte auch ein paar Wissen gemacht, dass ich mich so umbringen möchte. Vor allem die Familie sprach miteinander so schnell, dass ich oft auf die Aachenzeit drin bin. Und ich musste immer wieder bedenken und das áreas vorbei. Ich hatte auch etwas, was ich reagierte. Und dann habe ich manchmal gedanken gemacht, dass ich mich selbst machen kann. Und dann gehen wir, dann gehen wir in Ruhe. Und dann haben wir heute noch was wir tun. Und dann haben wir zufrieden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will nicht mehr leben. Und dann habe ich mich gefragt, warum. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin immer allein. Und sie hat gesagt, ja, sie versucht, für mich da sein. Und dann mit der Zeit war die Besten. Und die Sekundarschule gewesen, habe ich dort viel besser. Das sind ja Küken. Ja, Kükenkel, habe entlang die Farbe-Brun. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin immer wieder drin. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich direkt. Ich habe mich direkt, direkt. Und dann habe ich gesagt, ich habe dich zufrieden. Ich habe dich zufrieden. Ich habe dich zufrieden. Ja. Ich hatte damit ein paar Wochen am Dienstag, und fach bei Training. Und damit gehe ich auch noch einen Sportverein in Zürich. Und die F allebei spielen. Und mit der Freizeit wo ich den Spaß machen, und ein bisschen Sport machen. Ohne Sport kann ich gar nicht gut stehen. Ich habe eine schlechte Erfahrung gehabt. Früher war ich bei dem führenden Fußballverein im FC Küsnach am Riggi. Und im FC Regensdorf. Aber da bin ich gekommen und trotzdem bin ich immer aus der Seite. Auch wenn der Tränen mit dem Mund auf der Schleifte Deutsch sprechen, habe ich da bitte Hochdeutsch. Er hat gesagt, es ist schwierig für eine Person Hochdeutsch. Ich spreche lieber für eine schnelle Spreche. Und da fühle ich mich oft aus der Seite. Früher habe ich mehr Hohen in der Branden gehabt. Aber seit ich in Surik wohne, habe ich mehr Kontakt mit der Gehörlösung. Und fühle ich mich dort wohl. Mit der Kommunikation, mit der Berge Sprache. Und fühle mich auch sicher. Was ich wohl stehe. Und das ist so aus der Seite mit der Brühe. Und ich möchte immer nachfragen, was macht du? Und ich sage auch nachstuze, was ich sage, bin ich immer alles dabei. Ich bekomme alles mit. Wir gehörlose Sprachen. Kein Stil. Keine Stimme. Einfach nur Gehörlös sprechen. Und bei den Höhren sprechen. Ja, nehmen wir. Ja, nehmen wir. Ich und ich schreibe. Du bist lustig. Schreibe. Ja, komm! Ja! Ja, komm! Oh, nein. Äschi, 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 äschi. Manchmal schauen die Leute um uns an und passen, wenn jener davon aus dem Ankauszentrum und wir rufen eben auf die Reaktion, mit der Schreie, mit der Schreie, mit der Schreie, die Leute, hey, warum die Ärzte so laut. Und wir konnten das nicht kontrollieren, wir lassen sich hier, oder die Leute. Wir wollen nicht mehr, weil auch mit der Kollegen, die Freunde, wenn die Gebächtnis haben, die schon trotzdem kümmern sich ein. Und sie macht die Lüge und gar nicht. Wir beachten die andere Leute. Wir müssen mir öffnen, dass die ganze Zeit alle Gebächtnisprachen sprechen können. Du brauchst den Kiosk, Bahnhof, Eintracht, Ergabu, weil wir waren in Kalifornien im Imperium und ein Teil konnte Gebächtnisprachen. Auch wenn sie nicht selber geholt sind oder eigentlich geholt, sondern die nicht dabei sind. Mami, hör auf! Es war kein. Sie haben dort in der Schule Gebächtnisprache, was auch nicht. Sie haben dort in der Schule Gebächtnisprache, was auch nicht. Sie haben dort in der Schule Gebächtnisprache gebächt. Die Lügebächtnisprache. Nein. Danke. Danke.